Musik Unterfahrer, vielmals Weltmeister, Platzierer und Ex-Kruppel, Otto Alpe und der Kind. Mit seinem Freund, Kollegen und Kumpel von Irschenberg, Christian Krasner. So, weiter geht's mit der Mach-Chan. Wir haben einen Applaus, denn es ist eine deutsche Nationalmannschaft. Also nicht nur auf der Bahn eine Größe, sondern auch auf der Straße und dann wieder auf den Bergen. Dann zwei Zieler für die Mannschaft. Und Nummer eins, Sportregion Schlappi 9. Leifland Marta Kessler, der hat immer gewöhnt. Und die drei Gewinner. Diesmal sind sie ja drei. Und unser Applaus für Sebastian Züge. Die beiden Gemeinden Feuer, die 6. Und eine Frage von mir, Roger. Neuer Barrekord. Du wuchst noch bis jetzt. Ja, das stimmt. Es geht jetzt um Bruno Riesi. Freude Leiter zum letzten Mal ganz, ganz herzlich bei München und Publikum bedanken für diese volle Unterstützung. in den 18 Jahren, die ich hier fahren durfte. Denn ich habe so viele schöne Sachen vorgeheben. Viele sieben Einläufen. Alles schönste, was ich hier erlebt habe. Ich habe so viele geräusch, aber ich habe noch etwas gefasst, und zwar meine Freunde. Ich denke, ich bin mir sehr stolz kort auf dem Ukraine für den corona. Und ich bin mir selbst предnommen für die ganzen Jahre. Ich bin mir sehr stolz auf dem Wind. Ich bin mir sehr stolz auf. Ich bin mir sehr stolz auf den alten Tag. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.